Mietens Mutter hat was gegen Mietensfreund, wie mir scheint. Alles, was die beiden wollen, sie nicht sollen, wie in der Olle. Na, das ist doch unerhört, weil das doch die Freundschaft stört. Dabei wollen sie, ach, Herr Jesus, ja nicht will. Was die anderen alle können, will die Olle ihnen nicht gehen. Na, das ist doch fürchterlich, oder nicht? Warum soll er nicht mit dir vor der Türe stehen? Warum soll er nicht mit dir mal von Liedern gehen? Warum soll er nicht mit dir, wenn der Frühling süßes Tag? Mache mal, um sich drehen, in den Mondscheinfahrt. Warum soll er nicht mit dir meinen Witz riskieren? Warum soll er nicht mit dir mal die Liebe spüren? Warum soll er nicht mit dir? Ja, warum soll er nicht mit dir? Ja, ich weiß es nicht. Die Mutter, die ist nicht dafür. Ja, neulich abends wurde das Mieze doch so toll. Siehste, wollen? Und das Socken, die sich machte, still und dachte, ehe es Mutter dachte. Und der Pfippe, oh, ich spüren, wie der Blick war er bei dir. Und der Mondschein, die so blanke. Na, ich danke. Oh, ihr ist ein ganzer Kessel und die Mieze ist nicht besser. Doch passiert es nicht und so? Ach, wie wohl? Warum soll er nicht mit dir vor der Türe stehen? Warum soll er nicht mit dir mal von Liedern gehen? Warum soll er nicht mit dir, wenn der Frühling lüftet, da? Mach mal, ob sich dreht, den Mondschein fahrt. Warum soll er nicht mit dir mal den Witz riskieren? Warum soll er nicht mit dir mal die Liebe spüren? Warum soll er nicht mit dir? Warum soll er nicht mit dir? Ja, ich weiß es nicht, die Mutter, die ist nicht dafür. Jedes Mädchen braucht doch schließlich was für Herz, ohne Herz. Und die Mütter denken immer, bin ich schlimmer, hab ich immer. Wie sie selber früher war, werden wir ja nie erfahren. Sonst waren sie gewiss nicht, nee, das ist nicht. Hätten sie gehen, manche Wunden, werden die Welt so längst verschwunden. Und die Liebe, ach herrje, wäre passiert. Warum soll er nicht mit dir vor der Türe stehen? Warum soll er nicht mit dir mal von Liedern gehen? Warum soll er nicht mit dir, wenn der Frühling lüftet, da? Mach mal, um dich dreht, den Mond, sein Pfarrt. Warum soll er nicht mit dir, wenn ein Witz riskieren? Warum soll er nicht mit dir, weil die Liebe spüren? Warum soll er nicht mit dir? Warum soll er nicht mit dir? Na, die Mutter, die war früher auch mal sehr dafür.